Musik 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 Leute, willkommen zu einem Video von BAUZEUTE der Nacht Heute spielen wir den neuen Moses KNOCK Oh Ja, den neuen Moses KNOCK Ja, den neuen Moses KNOCK Musik Mit einer Mieke Ok, Leute Ja 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 Das ist so gut, nein, ich bin tot Und wir spawnen nicht mehr Shit Scheiße Ja, KNOCK Sieg Knockout win Nein, 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 das ist der Bull, das ist der Bull Der Bull wieder nur seinen Sicker Also komm schon, wieso immer ich Nein Komm schon, Carl, du schaffst das Carl, du schaffst das Komm schon, du schaffst das Ja Der Carl hat's geschafft tatsächlich Das ist ja das neue PS-Update hier, was ist jetzt da Und wieso auch immer die Piper von Aska Der neue Modus KNOCK OUT Die Tage Nein, ich kann mit dem Bolli abholen Ja Der Bolli ist da Pfff Was ist der Gegner? Da ist er, da ist er Oh ja, gewonnen Ich hab das Ich hab das Leute, ich hab einen Zweiersprung geschafft Ich hab einen Zweiersprung einfach geschafft Leute, habt ihr das gesehen? Zwei Sprung mit einem Warte Hier braucht jemand Drei Sprung Eins Eins Also Eins Zwei Zwei Das hat Das hat Es hat nicht so geklappt, aber ich hab KNOCK OUT Sieg KNOCK OUT Ich frag mich wann denn heute mein Vorhabell kommt aus dem piotang Da habe ich ein riesiges Special Video dazu mir so lang Da tue ich ein ganzes Video und einen halben WordPress Spiel also wieso bekommen unsere schwache gegner fragt mich gerade das ist nicht ja nun haben uns gleichzeitig getötet schaffst du schaffst das poko schaffst das los poko schaffst das poko trau dich jetzt nein diese ja der neue modus knockout ist halt geil den spielen wir dann noch mal zum pushen auf mein zweiter kauf wir werden die neuen modus knockout spielen wir werden heute auch noch eine kleine bürste das animation denke ich angucken wenn wir es noch schaffen und wenn ich sie wieder finde und die saß nicht so dumm ist kommen diesmal können wir nur gewinnt so lust wie die sind wenn mich dann auch gewinnt die haben die haben die haben so ein team und so aber scheiße das doof ist ja nur gesporen nicht noch mal was macht der ich glaube wir gewinnen weil bei uns bei meinem team läuft das auch so klar mich steht jetzt wirklich interessieren wie sie das gemacht hat ja leidens wieder wenn die runde ja wenn ich im hauptmenü leute mein deinem hike sieht auch auf rang 15 wir haben 3255 saarpunkte ja lang 15 und knockout ist auch wieder am start ich also ich würde mir nur ein match lauschen powerliga machen dann bekomme ich diesen silbernen bin fürs profil das ne max nein ja du kannst sie kp warte mal kurz ist es der alex aus meiner freundes lichter der k spät oder kp bis er ist nicht auf kakau bitte nicht die runde verlieren wir ich muss jetzt wissen was ist der aus meiner freundesliste oder nicht gegen die mitte gekämpft haben ist er überhaupt online nein online ist er nicht, was spielt sie überhaupt? ich gucke mal zu sie spielt schon mit 4Q, was ist der gegner überhaupt? die ist da, ob sie im team, ich biebe also knurk aus und ja hat nicht mehr deinen mic, den poschen wir dann wieder hoch, denke ich, ich spiel mit einem besonderen bohren, den ist auch nicht so hoch, aber ich spiel mit dem zu, wie sich drauf hin als jetzt lade, 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 danke nein, ich spiel jetzt keinen Tresor-Rob, ich spiel jetzt knurk aus ok, Leute, wisst ihr, was ihr damit jetzt machen? jetzt, ihr wollt Tresor-Rob, dann spielen wir jetzt das so Leute, ich werde mich jetzt angerechnet, ich werde mich jetzt angerechnet, dass ihr Tresor-Rob spielen wollt, Leute einfach mal kurz nix machen, ja, das wird's in AFK danke, Sörg, du bist mein Held Sörg, du bist mein, nein, Sörg, bitte nicht ne, ne warte, und jetzt renne ich hier mit Absicht so rein, ihr lasst mich killen, warte, Leute ist hier auch mein schlechtes Dopp, oder warte, ich renne nochmal so mit Absicht hier rein, damit ich mich killen warte, ich renne so einfach mal mit Absicht hier rein, ich renne hier mit Absicht rein, damit ich mich so Ich renne ja einfach so mit Absicht rein. Ja, nein, dass du sollst eigentlich. Ja, ja, los, ey, beziehst, ziehst, ziehst, nicht auf mich, nicht auf mich, auf den Tresor. Ja, na, an die Apeate. Los, ey, du machst das, ja. Naja, ich dachte nicht, dass das wirklich so. Naja, nur 1,5 Minuten ist ja nicht so schlimm. Und jetzt, das war das, ja, guck, so. So, wir machen gleich weiter. Klockau zuerst, dann muss ich sie, meinst du es sein. Beziehung, sie hat einfach, sie hat einfach den genommen, sie hat den einfach genommen. Ja, moin. Sie hat einfach den genommen, und ich mach sie, habe sie? Ja, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Nächste Runde bekomme ich sie wieder, oder bekomme ich sie diesmal nicht. ich hab sie wieder. Ich hab sie wieder. Ich bekomme sie diesmal. Nochmal. Ja, einfach mal wiederbekommen. so leute weiter geht's in knockout jetzt nach ein bisschen spaß ja wartet leute jetzt guckt die mir auch noch zu jetzt guckt die mir auch noch zu nein jetzt guckt die mir auch noch zu nein bitte nicht bitte nicht also nie die verdirbt mir wieder alles die mal zugucken verdirbt mir wieder alles die wir dann wieder zu sagen naja leute zumindest er warte mal kurz doch dieses bike so gut die bei jedem wohl passiert und wo meistens roti 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 das verlangsamungsgift die letzte runde knockout bevor wir das video beenden die anrufen und auch die runde wenn wir das video was kein ziel verfügbar doch sie sind auszielt also nie und wort spielt für den kalt gerade oder ja man wir haben gewonnen und wie ist das und wie funktioniert das jetzt ach so ich glaube ich muss auch nicht wenn ich ihn einmal getroffen habe dann ist er langsam so den den streff der wird dann langsam ach so den den streff und er ist vergiftet der wird dann langsam alles verstanden alles verstanden schau bis zum nächsten mal